und willkommen zu einem neuen Behinderten Part 2 9 mit diesen Scheißbehinderten dritten Typen der ganz unbekannt ist die Zeudonym anonymen ich habe alle von mir Blechbüchsen ein meine Motivation ist am Arsch lass mich in Ruhe Blechbüchse ich hab vergessen Zeit zu starten müssen wir ein bisschen größer ich laufe in alles rein und gehe kaputt Blechbüchsen ich bin auch gleich tot ey Papi da ist ein Papi und auch eine Blechbüchse ich liebe Blechbüchsen sie sind so schön schwach aber die Papis sind ein größeres Problem jetzt nicht mehr und bringt Rode so ein alter ey wir sind hier voll schwach irgendwie gerade ist so abgesehen davon ich lecke voll ich lecke voll aber warstabach nein das glaube ich nicht ich glaube auch nicht dass es nicht so wirklich ich will an keinem noch mehr weder anderen Frauen noch einen Männer Arsch bin ich dran lecken ne die wird lieber an beide lecken danke ich muss erst wieder richtig ins spiel reinkommen ich bin schon lange wieder drinnen ich war seit 15 minuten oh ich bin vorbei Alter bis zum Blick Blitzwerker Alter warum leckt das bei mir wir kennen doch schon längst den Grund warum leck ich was ist das denn Inventar ist voll egal komm einfach drauf nein das ist wichtig wieso ist das wichtig weil das ist irgend so besondere nein nein was hast du gemacht ich habe so oft drauf gedrückt nein hättest du sowieso verloren stimmt fällt mir auch gerade so auf hättest du komm schon oh nun her wir können in diesem Fall erzählen äh warum wir die jetzt nicht aufgenommen also der erste Grund war wir wollten warten bis nächste so weit wie weit ist wie wir damit er mit uns aufnehmen kann dann hat er da wollte er aber nicht mehr mitspielen wartet warte danach hatte keine Lust hatte in klammern einem hydrox so weiter red weiter in der Woche hatte sich sowieso wieder um umgenannt glaube ich nicht warte lass mal kurz einen Schnitt machen warum was richtig scheiße ist wenn das die ganze Zeit leckt äh ich habe einfach weiterlaufen weil ich habe keine Lust zu schneiden okay ich mache kurz einen Schnitt la 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 ihr bekommt ihr alles mit auf meinen Kanal bekommt ihr alles mit ey ich gehe die alle auf deinen Kanada ist jetzt ich war ganz klar ich will so auskostet okay avira ich werde dich später weiterlaufen lassen avira ich werde dich später lau hallo du fischst avira stoppen beenden age mode so Fenster schließen ja ich sagte Fenster schließen nicht öffnen ey du hast sogar recht Spastin hat er einfach recht ja deswegen bist du Spastin weil du recht hast okay das machen wir einfach mal warum auch immer ich bin gerade gehen in die Halle gegangen und habe einfach gesehen dass man mehrere auswählen kann was was mehrere mehrere Viecher äh machst du jetzt mal weiter deine Aufnahme ja ich bin schon nächst dabei okay gemeinsam sind wir stark das glaube ich nicht das ist eine Lüge gemeinsam wir sind nur einzeln stark eigentlich könnte ich glaube ich schmieden iCooking wie ich koche ich meinte eigentlich ich guck mal was du kochst mal ganz tief unten die Messlatte ganz tief unten boah wieso nehme ich eigentlich das wieso ne wieso level ich das hoch wenn ich gleich sowieso viel bessere Waffen habe oh Spoiler Spoiler Alter wie geil was denn hier sind gerade irgendwie so komische Drachen oder was das ist und wir sehen Vergnungs ich glaube das nicht ich glaube das mal übernutzig äh mach ich als Thumbnail Thumbnail ich habe bei mir Thumbnail auf 9 ja ich auf F12 wie verschieden ist das denn bitte wenn die gehen ja deine Fs nicht doch gehen die wohl vielleicht ach die gehen nicht hä das war mal mein Laptop so ach ja joinst du mir mal bei ach du hast schon gestartet ja hast du noch gar nicht erzählt du meint es stolz ja die Aufnahme ne 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 du meintest ganz genau das gemeinsam sind wir stark okay ich steuere jetzt noch frisch let's be friends ne ne ich ignoriere dich jetzt äh ich mache noch eine Beschwerde hi panler hat mir eine freundschaftsanfrage soll ich ne man machen wir ihn doch mach da mal märz 2015 schon ein bisschen her ach ja und der den einen ne wo wir zu dritt da waren also mit dem dritten also wo wir da gespielt haben der einfach rausgegangen ist er hat er hat ihn ja gespielt hat er vorher geschrieben ja wir machen die Aufnahmen und so ne und irgendwann hatte ich irgendwann hatte ich dir noch geschrieben und der hatte irgendwie als betreff geschrieben youtube-video und hat er als nachricht geschrieben ich gucke 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 noch ich gucke noch cool danke warum auch immer bei wem hat er das denn geguckt weiß ich nicht ich weiß ob das überhaupt geguckt hat ich denke mal das ganze Katzenkatz ich mache jetzt die Expedition beenden ok wenn ich hier drauf das müsstest du eigentlich an der roten Fetten oben Zahl sehen oder unten die irgendwie nicht mehr existiert Ja, dann sehen wir wieder So, ich hab grad geleckt Wem hast'n geleckt? Keine Ahnung Hä? Keine Ahnung Anonym aus, dass ein anonymen Menschen einfach geleckt Anonymus Er war sehr anonym Sehr perwerf Was Bigscop? Du scheiß Heilfreak Oh, man ihrer Heilfotzene ihrer Heilfotztsen was? Fab servers Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ay, ey ey, 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 ey verbisst dich doch A.W. mich hier verbläht wir wollen müssen nie kommen wir nicht zu helfen das schaffe ich auch allein nein 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 das schaffte ich allein guck 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 alt maul 27 plus angriff haben schon kommen raus kommen raus schatten sind salz für dich du bist ja wie die schnecke dann wirst du zusammen schrumpeln gemeinsam sind wir stark okay die mission sind in den part beenden ok herren müssen wir sonst lang sie gab es ja gar keinen anderen Weg werden wir gleich sehen ein schnittbieter selber pico auch da können noch mal sieht hier er hat keine lust dass es zu machen und schluss da mache ich das ok wird hier und am ende ich bin nicht schon mal mein Auge von Kumpel hier kommen wir du musst hier lang du voll Horst wenn ich gleich mal mein Brat mit dem Ende bin das gleich erst ab Karten Kornus vergiftete Pisser das macht voll viel Schaden Alter meiner ey wir haben den Ball gleichzeitig getötet nein das war meiner nein ich bin jetzt hickig das war meiner Shadow Move ja ja Lightning Move nein Lightning Move ist scheiße es ist nicht also für dich schon aber für mich nicht jetzt brauchst du gar nicht ich weiß sie trotzdem schön aus blau sich immer noch am besten los ne du bist ein Zauberer du bist ein Hexe du hast das Tor aufgemacht bin ich geil ich bin ein Mann hallo Hexe ich dachte das wäre ein Affe Alter wie mache ich so wenig Schaden frage ich mich auch ich glaube wir sind ein bisschen zu sehr an unseren normalen Account gewöhnt könnte das eventuell sein ja genau ja jetzt mach ich wieder einen guten Schaden ok so ist es wieder ok geht auch kacken stück scheiße oh mein Gott du hast es ein Stück scheiße genannt ist es ja auch leidig ja überall kann von mir aus rumheulen ist mir trotzdem egal ich weiß nicht warum wir so wenig Schaden machen die heilen sich voll oft ja deswegen diesen Heilfotzen überall rumlaufen wie soll eigentlich jedes vielen Namen bei mir wobei die Chameleons haben keins keinen die Chameleon können sie auch selber glaube ich ah ne das ist der hier den ich grad bekämpfe wo läuft der nicht hin akutlos akutlos ich laufe den Weg die hinterher ich bin so wirklich fast tot me too ich habe sechs Prozent jetzt habe ich wieder ein 60 ich habe auch erhältlich wieder einfach darum steht ich dachte dass du wirst das warte bengen ah ein Knöpken warte bengen egal ich habe nicht getroffen nur wegen die Scheiße Steine ja ich habe keine Lust beobachten ich habe doch gar nicht keine Lust sie haben weggenommen 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 oder was ja weggenommen äh weggenommen es ist schon wieder gesehen es ist Schutzsache die das sie viel die ganze Zeit macht hier müssen schon doch wir müssen eine schöne dinge für mich da umläuft hin müssen hier unten aber ich habe gerade ernsthaft Prozent bei dem Timer der dann selbst klingelt sechs Stunden eingestellt anstatt sechs Minuten Joachim okay das soll jetzt welche folge sieben stunden vielleicht zwei tage dauern bis das hoch und gerendert ist aber special laut mit da ist inzwischen was bei alter heilvoll ist die fotzen ja das das inzwischen was alter verpisst euch ihr scheiß strom kackfotzen wo sogar zwei zwischendrossen hallo beachte mich beachte mich mal bitte elektro titel elektro titel und jetzt kommt die game angeschissen wetten wenn du was sagst dann nicht wenn du so eine kamera zeigen würdest du da abspielen würdest ja ach nee das war ja auch nicht gemeint soll ich das nicht wüsste man weiß ja nicht man weiß ja nicht ich gehe mal weiter nö ich nicht doch nein ich schieße gleich über gift in die fäße also fast kruppel und kruppel und kruppel und kruppel und alter jetzt schlag nach da und ich kann schon mal sagen das mit ttt ich habe eigentlich schon vor gehabt so eine ganze ttt folge so auf anderen selber von fremden stunde lang aufzunehmen und dann zusammenzuschneiden aber irgendwie dann war das ungefähr eine stunde aufgenommen hat ja wie ich auch gesagt habe und dann hatte ich irgendwie aber keine lust die aufnehmen rauszusuchen die stand zusammenschneiden so gesagt ich wollte voll und jetzt scheiße und jetzt will er halt so dings machen wir wollen also wir wollen bald Prozent ein selber kaufen also ich kaufe ja und wir geben alle Geld dazu und ich werde auch aufnehmen Prozent wenn wir dabei wahrscheinlich ganz eben hier vielleicht dabei wenn er will Prozent Leon ich muss noch fragen der Blühungen im Jahr obwohl der Name auch schon vergeben ist wie so ein wenig sächsischen kann wenn man und haben aus dem Jahr denkt sie gar nicht aus er gibt ja wenn die typ einen zieht ja ja oder die die bestimmte Blu ein und dann sieht er ja das ist ein guter Name den nehme ich ich glaube ich mal weil es wäre dumm von ihm sondern also aber genauso wie ich meinen Namen auf das habe ich einfach irgendwas mit sp gedacht und dann und es gibt es dann einfach spike silver das gibt es einfach schon ohne dass ich das wusste habe ich dann ausgelöst es die kommt gibt es zum glück noch nicht aber es gibt es die komet mit c und dann louis oder sowas keine ahnung ich hätte morgen ein dings ein kanalerschein heißt es die kommt weg nur mit kleinem s Köln in Wies und Schauer war schon mal die um wie mein neuer von der Leons er kommt Lons und zu verlieren Prozent ich wollte eigentlich Kruppel und Sögen der kommt schon wieder diese Provokation aber wenn dann erst in am das zweite Folge abend Freitag die stimmt gar nicht am Montag am Mittwoch er ist die zweite Folge am Montag ach so zweitens so ja 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 schon gut schon gut am Mittwoch nee das ist äh noch die zweite Folge stimmt schon die kommt am Freitag also die vorherigen kamen am Freitag und dann kommt die am Montag und die nächste am Mittwoch äh wir müssen gleich mal den Pappen damit es zu lang wird hä wir müssen doch nur noch die Mission beenden ja dann gehen wir über äh über 20 oder 25 Minuten aber ich weiß gar nicht wie lange der äh ja ich glaub über 15 Minuten da doch könnte schon über 20 ist ja nicht so viel entfernt egal komm äh auf jeden Fall äh diesen Boss ne diesen Schatten der Bestiode das geht ja ein bisschen länger das teilen wir in ich glaub ich glaub ich zwei Part sein ja machen wir ich glaub 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 ich habe einfach random während ich hier so rumhacksele das Tor aufgeöffnet ähm wir spielen das jetzt vielleicht passt 30 Minuten und ich bin jetzt schon wieder süchtig äh weißt was komisch ist immer wenn das Player irgendein Spiel machen der will man das geht am liebsten auch gerne let's play aber ich habe ich habe also zum Beispiel und ähm oder so jetzt klingt gerade so ein Spiel äh äh Dark Forest oder wie es heißt auf jeden Fall das ist äh ein richtig schönes äh game ich hab schon so viele let's play sonst wenn ich mir das holen also ich hab mir das echt dann mach ich das doch ich war grad voll voll verschlafen auch in welches äh Dark Forest ach Uri ja das let's play auch Gronkh ne oh Junge irgendwie let's play jetzt immer alle du scheiß ich hasse Motten ich hasse Motten ich hasse Motten ich hasse Motten nicht in on real life geh kacken da eigentlich mag ich Motten nur nicht die die meine Klamotten kaputt beißen das tun ich alle wieso bist du wieder so leise keine Ahnung ich hoffe das ist nicht so eine Aufnahme jetzt kommt die scheiß zwischenmacht wenn ich davor so eine Aufnahme hält sich schon kommen so eine ganz leise könnte sein das war ja schon mal so die Aufnahme wo ist die Heilfotze wo ist die Heilfotze die gibt keine Heilfotze so bist du ja gar nicht gestorben scheiß zwischenbosten geh kack ich kann dich selber heben da gibt's ja manchmal gegen das will endlich ist viel weg ein Kruppelon was Martin ein größeres Kruppelonchen komm das sind chameleon place aber guck mal ne ich hab ja jetzt öfter meinen Namen okay das weißt du ja also chameleon place und eine kleine Bonzo hab ich auch noch extra einen Kanal erstellt äh aber jetzt habe ich äh gemerkt äh den Namen den namens jetzt habe ich ja der gefällt mir am besten der mich auch gehalten ja ist auch gut du musst dann erst die komische Schmerzen von Anfang an da war auch nicht vor den zu ändern ich hab's ja schon öfters ich hab's ja schon manchmal darüber nachgedacht aber ach der was die Welt ist schon vorbei oh oh packt sich so langsam auch wieder diese Lust auf das Spiel irgendwie schon ah ich kann schon wieder schmieden jetzt weiter Sprite GmbH ich hab mehr crowns als du glaube ich zumindest ich hab 902 na und da können wir ja auch mal auf unserem komplettes warte wie viel habe ich ich hab 3836 du wie 3 achso keine ahgen deine 15 minuten waren schon lange um jetzt kriegst du das was ich drauf ja ist egal naja wir müssen jetzt ein paar binden kann gar nicht anders die 15 minuten vor zu Ende sind die sind gerade erst zu Ende gegangen das ist noch in meiner Aufnahme hat es schon geschehen wer beendet nö egal real life family okay ich würde sagen bis zum nächsten Mal waaah jees das ist das ist das ist das ist